Hallo Freunde, heute gibt es ein neues Let's Play Minecraft Yeshio Survival. Viel Spaß beim Anschauen. So, dann mal weiter im Text die Steine rausholen. Guck mal, ist denn fertig geworden? Wunderbar. So, dafür können wir dann schon mal den Sand hier reinschmeißen. Ein bisschen Holz nachlegen oder so? Ne. Eieieiei. Bevor ich da zu viel produziere, würde ich sagen, Steine brauche ich auf jeden Fall noch. Da lassen wir noch ein paar laufen, da haben wir Glas, gleich fertig, dann passt das. So, jetzt machen wir erstmal hier unten zu. Ah, dumm. So. Und? Alles gut. Jetzt habe ich das doch gemacht mit dem Fenster hier. Aber alles ok. Ok. So, jetzt oben die Decke noch. Jetzt die Steine oben gelassen. Ja. Ja. 16 Stück könnten reichen aber glaube ich nicht. Wie sieht es hier aus? 10. Ja. Oh, da muss ich noch ein bisschen. Wo nehme ich jetzt mal raus? Ääääh. Da versetze ich jetzt mal das Eisenherz hier. Da konnte ich keine Fenster rein setzen, Decke wollte ich machen. Näh,ett,3,5,6,7... Jetzt habe ich da Myra dead å Frometer genutzt, so, jetzt aber! Wunder welche im Gepäck gehabt haben. Das Haus im Berg. Jawoll. So, dann wollen wir die Fafeln etwas günstiger verteilen, dass das auch vernünftig ausschaut. So, jetzt die Herde einsammeln. Denn hier haben wir gerade. Das hätte ich mir eigentlich mal wegpfeifen können. Es gibt die Gesundheit. So. 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 Ähm. Ja. Die Wand ist natürlich jetzt. Ich setze gerne mal hier hin. Dann setze ich mal hier in die Mitte. So, eine kommt zwei von der Ecke und die andere zwei von der Ecke. Bin ich gerade auch schon so dran? Ähm. Wann ich nicht. Hier haben wir ein Fensterchen. Zum raus gucken. Da brauche ich natürlich gleich noch Glas für. Mal überlegen, ob ich die Falltür dann hier hinsetze. Ich bin hier in die Mitte. Und dann mal das Name, oder? Oh. Lass das. Also. Gehe die Falte wie ein Bauer. Muss ich. Die Leiter da wegnehmen, ne? Nee. Nicht runterfallen. Ich habe doch hier oben keine mehr. Mal kurz den Frontcheck machen hier. Trau dem nicht, dem Raten. Jetzt. Ja. Ich komme jetzt da nicht hoch. Hä. Was ist los hier? Wird es los? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wo mache ich das doch genauso? Geht auch hoch, springen wir dann da. Geht das nicht, wenn eine andere Leiter da ist? Dann machen wir es folgendermaßen, nehme ich jetzt die Leiter hier ab. Schau mal her, hätte es nicht schon wieder runter. Auch noch zu mir? Dann kommt die halt hier dran. Komm zu mir! Wo sind meine Türen? So, da ist die Tür. Geht mich rein, die fährt gleich wieder bis nach unten hin. Ah, verdammt! Immer das gleiche. Jetzt müsste es aber gehen. Bis hier hin und dann hier hoch. Na also. Das stellt sich auch mal an hier. So, warte mal, auf der Seite kann ich die anbieten. Passt. Komm ich hier nicht mal hoch, oder was? Jetzt. Nicht jetzt. Siebt ja mit selbst verarschen. So, jetzt. Mal checken. Jetzt gehts. Jetzt gehts. Sehr schön. Mal schauen. Jetzt müsste auch unser Glas fertig sein und Eisenbarren sind auch fertig. Ehrlich. Eisen brauche ich glaube ich, brauche ich Eisen für den Kompass? Schon. Ich meine, ich brauche den Redstone in der Mitte und ich glaube ringsrum jeweils einen Eisenbarren von Kompass. Und Schwert können wir auch machen. Bis jetzt habe ich ein Steinschwert. Dann baue ich mir jetzt mal eins aus Eisen. Ausgutzen. Okay. So. Er hat 1,6 Angriffsschaden, hier haben wir 6 Angriffsschaden, eine Notreserve lassen wir uns noch hier, dass das eine kaputt geht, können wir auf das andere switchen, alles Glas, 31 Glas, so ich möchte aber gerne Glasscheiben haben bitte. Ah oder so, ah nebeneinander. 16 Stück, das müsste eigentlich reichen, 16 Stück, warte mal, hier reicht das. So, soviel Fenster haben wir hier ja auch nicht ne, 1,2,3,4,5,6,7,10,11,9. Da sieht man so schlecht den Rahmen hier, ich glaube jetzt ist überall 1 drin, da ist auch Anna, da auch und da auch. Sehr gut, dasselbe noch mal in die Tiefe, Anna. So, wie ist denn, hat gereicht. Sehr schön. Brauche ich eigentlich Glasbausteine oder? Ich denke mal so ein paar Glascheiben, die zimmere ich mir jetzt einfach auf Reservemation. Sand, Glas, und den Rest hier noch eben, ein paar Baller. Also restliche Holz noch verballern eben. Ich glaube, das ist super, dass wir jetzt kochen wollen. Dann hat das auch noch, dann hat das nämlich mehr Konsistenz hier. Ob das rohe Zeug das hat, das bringt glaube ich nicht ganz so viel Leben wieder. Also, jetzt kommt nicht einfach. wastig. So, was wir jetzt hier noch? So, was du mit den Karten? Ja, was du. Du hast, du bist mit. So, was du jetzt macht. So, ist es da. So, wie wir kommen. So, jetzt kommt auf die Sicht. So, dann kommt drauf. Also, du bist die Leften mit, du bist mit dem Ding, du bist. So, was ich şeyi. So, wenn wir jetzt ein paar, du bist. So, wie wir schon bisschen machen, du bist. Ja, nicht mehr gereicht, boah, schade, schade, er wollte nicht mehr, da kommen durch Fackeln hin, hier brauche ich einen starken Erden, einen Rettungsanker und hier packen wir gleich mal ein bisschen was in die Truhen, so warte mal, da war auch noch Sand, dann machen wir ihn weg, oh, was mache ich denn eigentlich mit dem Raum hier? Wenn wir oben schön Wohnraum zusammenzimmern und unten setze ich mir dann die Werkstatt hin, fahren wir noch, Hochstatt, nichts davon, sehr gut, so und Pflanzen, was haben wir denn noch schütteln, Granit haben wir noch, so der Stein kommt woanders hin, hier unser Fach für, ja richtig, da waren sogar noch zwei drin. Damit kann ich mir noch ein paar Stöcke machen und dann noch ein bisschen Fackeln nach produzieren, und dann noch ein paar Werkzeuge, guck mal, noch eine von mit, Äxte brauche ich noch. Kohle, 51 habe ich noch, cool, guck mal, mache ich mir doch gleich ein paar Fackeln. Hier wäre das Zeug, Erde, Erde, Erde ist das Kiesel, so, hab nur noch Fackeln, guck mal da, ach, noch gar keine Sorgen machen hier, die Kohle auch wieder weg. Wolle weg, wann habe ich denn da, oh, Villa Carlitos 23, danke fürs Followen, herzlich willkommen beim Hexenkessel. Und das war, so werden wir noch befragt, Balesbit, wie alt, ja 41 bin ich. Zellig, äh, was, Moment. Was ist denn für eine Run hier? Hallo? Hammer. Äh, Kalle204, danke fürs Followen, herzlich willkommen im Hexenkessel. Alex, äh, D2Aids, danke fürs Followen und dir auch, herzlich willkommen am Hexenkessel. Und, äh, ja, ganz am Kopf meinen, alle erzählen nicht mehr mit. Hälter Schilder. Hälter Schilder. Lans Elke, danke fürs Followen und, geht ab. Was ist hier los? So, äh, erstmal allen neuen Followen, jetzt vielen, vielen herzlichen Dank und, äh, willkommen am Hexenkessel hier. Ich komme mit dem Namen gar nicht mehr nach, Mann, Mann, Mann. Ich komme mit euch nicht mehr nach. Was passiert hier? Oh, was habe ich für einen Mic? Ja, äh, gute Frage, wie heißt das? AUNA heißt das, glaube ich. Genau, AUNA irgendwas. Was? Was? Okay, was ist hier los? Boah. Da, äh, äh. Geradet mich hier gerade, glaube ich. Hammer. Boah. Leute, ich komme mit dem Namen nicht mehr nach. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt hier gerade Follower werden und herzlich willkommen am Hexenkessel. Äh, wow. Äh, wow. Mir fällt hier gerade was aus, äh, ne? Wollte ich nur sagen. Aus der Hose hier. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wir haben einen Turm. Meine Güte. Hier kommt's. Äh. Wer ist mit? Oh. Okay. Äh. Oh, nachher geht ja ab. Ja. Ist das... Äh... Wie gehören die alle zu dir? Äh, J-Split? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Jungs. Ich darf sagen, ich bin, äh, sehr überrascht und, äh, erfreut. Danke, danke, danke. Euch allen. Grüßes Followern und herzlich willkommen am Hexenkessel. Ähm, ja. Als denn, ich denke mal, ihr wollt hier sehen, dass ich weitermache. Wenn ich mich gerade etwas überrannt fühle. Ähm. Wahnsinn. Ja, wie heißt das, Mike? Hast du mir jetzt eine Frage gestellt? Auna heißt es, aber das andere kann ich jetzt gerade nicht lesen. Ja. Kannst du mal das Mikrofon, äh, in's, in's, in's... in's, in's... in die Kamera halten hier? Ne, kann ich nicht. Aber zu kurz. Ha! Tja. War nix. Oh je, Kabel ausgerissen. Ne, passt nicht. Okay, ich mach mal weiter, äh, sonst, ähm, ja, was wollte ich denn eigentlich machen? Genau, weiter einsortieren. Sand noch wegschmeißen hier. Wir haben hier ordentlich, äh, was, was reingezogen. Hellgraue Wolle? Wie? Hat man hellgraue Schafe erwischt? Essen. Noch mehr Erde, die schmeißen jetzt weg. Also, viel Erde brauche ich nicht. Äh, ein Glas noch. Das Essen, das brauchen wir noch. Glowstone-Staub. Das ist von dem Monster, das ich hier unten erwischt habe. Wie ich meine Vorräte stehlen wollte. Jawohl. Koppos-Monster. Was hier? Ne, nicht hier. Ja, äh, wie gesagt, danke fürs Folgen, alle, die hier jetzt gerade auf, äh, Follower gedrückt haben. Nochmal herzlich willkommen am Hexenkessel. Und, ähm, wie gesagt, ihr werdet alle in den, äh, Genuss kommen. Es sei denn, ihr schreibt mir, dass ihr das nicht möchtet. Ähm. In den, äh, na, am Hexenkessel in der Ehrenhalle aufgenommen und euren Platz dort zu bekommen. Und zwar immer zu, äh, äh, Anfang jeden Monat. Ich schreibe dann, äh, äh, genaues Datum und Uhrzeit nochmal rein. Unten in den Kanal-Feeds, sodass ihr euch da, wenn ihr möchtet, darauf vorbereiten könnt, um euch das anzuschauen, Uhrzeit technisch. Ansonsten findet ihr das aber auch bei, äh, YouTube oder bei, äh, ja, hier halt als Aufzeichnung. Mein, ähm, am Anfang meines, äh, äh, meines Streams, äh, äh, meines Streams, da sieht man immer den, äh, äh, so eine kleine Diashow von dem, von der Untergrundwelt, wo der, na, wo der Hexenkessel steht. Wir haben einen hier im Spiel. Die Nacht geht gerade rum. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier aufs Auge zu kriegen, ist noch recht hoch, ne? Super. Machen wir. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Oh. Habe ich hier komplett gerade aus dem Konzept gebracht. Super. Schön. Schön. Gefällt mir. Ich bin gerne auch so'n Konzept. Was? Irgendwo Grundster Monster Home, kann das sein? Komm, ich geh ihn mal besuchen. Oh, jetzt ein Schwert. Wesen! Wichtig, stabil. Ups, aber. Da kann ich hin. Ich war bestimmt die letzten Zuckungen. Ah, guck mal da. Uiuiuiuiui. Was, 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 was? Wo ist das Skelett? Irgendwo ein Skeletter. Nö. Da. Ich komme. Also, ja. Ich jetzt. Oh, was. Ich habe zwar den Schaden insofern ausgemacht, dass die Monster hier keine Blöcke kaputt machen können, aber mich können die sehr gut kaputt machen, ja. Ja. Wenn hier noch. Noch. Alter Schwede. So, dann gucken wir mal eben hier. Genau. Jetzt habe ich den jetzt hier an neuen Knochen. Da ist es doch. Nochen haben wir. Pfeile habe ich. Geil. Die kann man doch, glaube ich, auch irgendwie herstellen, meine ich, ne? Ja, hatte ich nicht irgendwo spinnenseitig, meine. Genau. Mal gucken, ja. Ja, das muss ich mir, das gucke ich mir für den nächsten Steam, gucke ich mir das mal an, wie man das bastelt. Da werde ich jetzt nicht direkt hier in den Explorer von gehen und gucken, wie man das jetzt macht. Fleisch, Wolle, ja. Auch euch. Ich brauche auch. Dann noch eins. Ist geflüchtet. Gut. Oh, Spinne. Spinne. Oh. Danke. Oh. Ähm. Dring mal in die Live Production gehen hier und ein bisschen Leben zurück gewinnen. Was wollte ich jetzt noch machen? Ja, genau. So. Noch ein bisschen Leben verlieren, wenn ich zu blöd bin, die Treppe runter zu gehen. Das ist gut, ja. Äh, machen wir. So. Machen wir. So. Wer gerade hier Tag geworden ist. Ich habe das da oben, das muss ich noch ein bisschen besser ausleuchten, denke ich mal. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Oder lasst mir ein Follow oder ein Like da oder ein Abo bei YouTube. Macht's gut. Bye. 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 Bye.